... Ja, das war auch eine schwierige Zeit. Ich habe jetzt letztes Mal eigentlich gehört, dass ich über viermal erstmals gespielt habe. Ich werde jetzt werden, wenn man es so wirklich geschafft hat, das ist manchmal ganz gut, das ist auch voll frei. Wir bauen was ganz langsam Kleine auf. Ich weiß nicht, wie viel du schaffst. Füße vorne aufstellen und jetzt bitte drauf achten, gerade wenn du jetzt heute noch ein bisschen K.O. bist, rutsch bitte ein Stück weiter vor. Und jetzt beim Bankdrücken eine ganz wichtige Sache, und das ist immer die Gesäß-Unspannatur anspann. Je mehr du da anspannst, desto intensiver geht es in die großen Natur. Also den Bau immer ganz fest auf die Bankdrücken. Das ist immer ein Tipp von mir, weil ich immer wieder sehe, dass das wieder nicht hinkriegen. Ganz, ganz wichtige Sache, okay? Und gleich muss ich rein. Und jetzt die Ferse nur nach unten gehen. Hoch, hoch und hoch. Und hoch. Bescheidung macht es nicht. Ja. Und hier wieder, geht's sich. Vielen Dank. Vielen Dank.